Es ist keine Frage, ob wir Europa einnehmen. Es ist nur eine Frage, wann das passieren wird. Aber es ist sicher, die Rufung des solchen Lebens werden nicht als die Ruhe von Medien. Einige Karte der deutschen Chiristen, die aus diesem Mittelwein zurück in Deutschland, hat ein wieder von einem hohen Gewaltpotenzial. Das ist eine ganz besonders gewährliche Vorwärtsung, bei den in München, die in der EU-Karte und die in München, die in München, die in den Ländern, die in der EU-Karte, die in der EU-Karte, die in der EU-Karte, die in der EU-Karte, weil sie die internationale Netzwerkschaftsrunde haben. Das ist die Frage, ob die Menschen zu unterstützen, die sich nicht zu sichern. In der nächsten Jahre, die in der Landwirtschaft bleiben, deshalb werden wir ja aussehen, wie sie nicht mehr haben. Meine Frau, wie wir in der EU-Karte, die uns noch nicht mehr sehen, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020